ok also 1 2 3 4 ja zwei stunden ich habe 1 2 3 stück schafft auf zur pool party ok wo sind vier wo kann ich über fallen stellen da kann ich uns vergiften welchen fähne reinschmeißen so einmal das ist nicht so gut kein dauer hat er ist ein minio macht ja ich irgendwas glaube nicht I'm so sorry. So. Kann ich dich nicht da hinten reinwerfen? Ach. Okay. Da muss erst mal in der Nähe stehen. Komm, geh runter. Okay. So. Kann ich da hinten entlanglaufen? Ohne Probleme. Enten kann ich auch schon. Bunkerlotserstörer. Okay. Muss ich wieder welche Transe auf jeden Fall machen. Konkerlein beginnen. Schauen wir später mal was das ist. Auch gerade. Nein. Egal. Nein. 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 Geht dich auf die richtige Position. Okay. So. So. Ah. Okay. Sonst haben wir hier drin. Aber schön. Weiß. Die werden wir wahrscheinlich sehen, wie jemand umbringen. Okay. Oh. 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 There we go. der kommt hoch noch kein killen es wird zu auffällig die mann richtig dran ja die juli schwierig schwierig ich soll auf jeden fall bis weg gehen von denen sorry das war geflogen ich habe ihn zu spiel gesehen ich hoffe die man jetzt nicht ich für das tür stehst du das ist sehr gut weil dann kann ich nicht jetzt das hier holen was ist das laufschuhe okay das war schlecht sie mal tief zügig weglaufen kommt der hier hoch ja der kommt hier auch kommt auch hier hinter so ok so das wird schein auch nur noch unten krachen das ist mir wahrscheinlich gegen den wachmann der hilfe im türsteher okay machte jetzt gerade zwei eliminieren können ok mein pc bei zwei pc gibt ja wieder ordentlich gehen beide gleichzeitig das ist nicht so schön das nicht zu teuer auch gut kann nichts machen was steht es mir vor nutze deine umgebung geschickt das ist nicht gut das ist richtig scheiße hau das hat wie ich hoffe nicht das nächste mal ob sie nicht geschafft beide zu töten auf einmal das ist sehr bitter der wachmann war ein ticken weiter vorne das schlechte das problem auch nicht so gut du sollst eigentlich dessen fliegen wenn ich die indies reinschmeiß kann egal haben sie ihm so 12 ich verstehe es nicht naja egal er ist nicht nah genug dran damit er fliegen kann es ist sehr schade würde ich gerne eine flugstunde gehen wir haben noch 19 leute noch schade 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 die entdeckt jetzt eine leiche die entdeckt leichen hat mir jemand fliegen geht da steht auch effekt dran zum fliegen nein jetzt geht ja auch noch nachkommt dann gehe aber richtig nein das ist schlecht na gut ich habe zum glück noch meine laufschule ok das ist schlecht der erwischt mich ich hab dir dachte er eine sieht schneller damit einmal einer her kam ok letzter versuch für heute gletscher versuch gut was haben wir alles wir haben hinten und wir haben die sie haben dass das ist es ist okay alles klar gut wir müssen erstmal vergift mir den punkt vielleicht dieser typie auch wenn es im moment red ich mach dich fertig ich hab dich gekillt das war jetzt so nicht geplant aber ok das war wieder der hunde bitte dankeschön wieder nur die laufschule das war die sali im kreis der scheiße jetzt hat es die polonaise ok du möchtest du verfliegen gehen dann eben nicht ok da haben wir lauter vergift wenn es mich hier mal ein bisschen rum das da drin war habe ich aber nicht ich wollte gerade in der linke paar leichen rum aber der sq die mann ist weg das ist schon mal sehr gut dann kann ich mir jetzt die 3d schnappen wenn alles gut läuft warte mir mal ein bisschen noch nein 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 Ui und weg da So Hey Mario Warte, kann ich gar nicht töten. Schade Habe ich hier jetzt getötet? Ach, keine Ahnung Stechen du da hinten so rum? Das wäre nichts geschehen So, dann kommt der noch dran Okay Jetzt sind wir noch bei 24, so einen Haufen Leute Vielleicht erwischen wir den Typen, ich glaube es nicht, aber gut Hoffnung stirbt zuletzt Ne, ein Toder Da kommen wir jetzt zu viel fast hoch Durch diese Explosion Ich höre nur auf die beiden da hinten hinter zu drehen, ne? Jetzt geht es bald wieder weg Das wäre ja eigentlich auch ideal Dann machen wir eben wieder Wasser Wasser ist immer schön, da sieht es keiner So Wird das immer 10? Ich glaube nicht So Okay Dann haben wir da hinten zwei, drei Schlafende Ach, schade, die Zykrete, man kriege ich jetzt nichts hin Okay, die Dame kriege ich auch nicht hin Okay, die Dame kriege ich auch nicht hin 20 Gut, der geht Gut, dann noch mal eine Ne, später auf dem Haufen Na gut Äh, das ist die Moseck Die Tür steht Schade ist ein Zeiter mit weg Oh ja, geht in den Pool rein Oh, ist immer ein schöner Ort Okay So In den Pool am besten nicht rein schwimmen Den nehmen wir noch mit Den nehmen wir noch mit Den kann ich nur so mitnehmen Der da stört ein bisschen, aber gut Das ist immer noch machbar Letztes ein Stück noch Anlässt noch ein Butter So, dann flüchten wir mal hier von oben bitte Ich weiß von nichts Oh Gott, ist das Okay, die man Nein Nein Wieso plötzlich Der hat uns entdeckt, damit wir nicht näher können und der Polizei nimmt uns fest Letzter Versuch Das habe ich schon bei dem gesagt, aber Ein Versuch weniger Und das ist das eine